Und damit herzlich willkommen zurück bei Overwatch im Ranked Modus, wieder mit dabei, der Wechseln und der Klaus, hallo, hallo. Klaus hat sich jetzt über die letzte Runde gefreut, die haben wir nämlich verloren. Der Teamdurchschnitt ist 50, ich bin einfach mal wieder 160. Ja, du bist über den Durchschnitt, du bist über den Durchschnitt. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen anders. Ähm, ich hoffe, einer nimmt Heal, wenn nicht, wechsle ich, weil dann Spam so. Na, dann gehe ich dir mal zur Hand. Okay, Diva, warum? Obwohl, in zwei Tanks sind eigentlich nicht schlecht, für den Dunk wechseln, dass du dich hier aufopferst. Klaus räumt von hinten auf und der Muzaki, was nimmt der wohl? In hart. Bisschen zu Metro, oder? Nein, Muzaki, wir brauchen Damage. Sehr gut, Klaus, dass du es abgeklärt hast. Deine Englischkenntnisse haben sich wirklich verbessert in der Zeit, wo du Neuseeland warst. Ja. Ich weiß jetzt, wie man no ohne W schreibt. Ach, herrlich. Ich bin durch die Leiter gegangen. Wow. So, was sagt das so ein Spiel hier? Scheiße, ich will noch das weiter. So ein Scheiß hier. Oh. Wo ist das Ding jetzt hin? Hier hinten. Hier unten. Hier unten. Was macht denn das? Hier, bei mir. Unter meinen Füßen. An der gelben, an der grünen Flasche. Was? Gelbe, grüne Flasche? Na hier, die selbe Sauerstoffflasche. Du, da ist nichts. Hä, bei mir. Hier, da. Da ist doch was. Ach, egal. Das ist wahrscheinlich bei jedem anders. Und... Direkt tot? Nein. Noch nicht ganz. Alter, die haben schon wieder die Farrah. Das nervt so. Klaus, sei halt bitte vorsichtig, ne? Die haben Bestion. Ich glaube, Tracer ist jetzt nicht gerade so der Charme, den man vorsichtig spielen sollte. Auch in dem weiss. Ja, aber... Ne, wenn wir angreifen. Tut dann. Bestion ist weg. Nice. Und ich aber. Jetzt. Oh. Wow. Ich bin down. Mensch, Leute. Ja, weil die hier... Die Inneren haben ja ihr Stammesoutfit an. Scheiße, sag ich mal, zusammen spielen. Haben die wieder eine Farrah? Warum haben alle Spielen alle Leute zu färben? Stimmt, weil es popular geworden ist wie bei mir. Ja, die... Hahaha. Kann ja anders sein. Oh, ja. Solche Momente erlebt, glaube ich, irgendwann jeder Held hier bei Overwatch. Ja. Aber warm. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Teleporter ist hier irgendwo in der Ecke. Links oder rechts? Links. Oh. Warte, ich komme zu dich. So, ich komme zu dich. Fuck. ich komme zu die es ist schön dass sie alle den tank ich nur wird weiter ich habe gerne abgelenkt ja warte 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 nein ich wurde rausgeschlossen oder aus dem spiel von oben wurde ich rausgeschmissen ich habe aber den teleporter zu stört ich hasse diese knutschkugel das geht mir auf den satt schnell weg so leute probiert jetzt mal auf dem punkt zu stehen ich bin gleich mal weniger um den rest da zum teil ich hab das schön down gemacht was als mercy von hinten shit weg holt mr mann ich habe hinten auf seinen kern gezielt du weißt du das ist ein kritischer treffer boah musste ich gar nicht der hat wenn er in besten form geht also belagerungsform hat er hinten so einen blauen wir sind ja natürlich ist das möglich der besten sitzt jetzt links vom spot aus an der wand nein spot aus an der wand an unserem durchgang direkt der ein teleporter zerstört teleporter zerstört teleporter zerstört wozu fängst du hier wieso kann mich diese dumme wie heißt die diese 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 die zermatt hat das ist schon ultrad das gibt es doch nicht warte wir dürfen jetzt hier wieder fänden kontrollieren das gibt es ränke 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 ja uns brauchst du das nicht sagen sag das mal den anderen warum bringe ich mich die ganze Zeit so hoch ich finde das so nervig aber sein weg dein rang sieht man dir schön an das muss man ja sagen ich bin gold in nicht mehr du bist nein und die fahrer von hinten wieder vor der gesellschaft ist die kombo fahrer 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 da auch noch nix an wo bist du und best schon ist vorne best schon hat eingenommen kom 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 nice nice jetzt schon wieder vielen dank aber ich bin optimistisch immer optimistisch sein tausend das ist immer gut bin ich ja hat er da äh glaub ich hab halt uns und sie war runter geschoben fast so ich hab dich wow wow die fahrer wieder nein 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 das ist kein Tankball schon in dir ne 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 dann start mal in an die fahrer mach was die hat noch wie viel hat die noch zwei nichts mehr blöd habste ne was als ob der best schon der ist ganz böse der ist ganz böse der ist ganz böse der ist ganz böse der ist hinter uns der ist nämlich ganz böse der böse schießt und jetzt haben wir die russinnen nein ich hab dich und die jetzt weg äh fahrer wieder von oben wo zur Hölle der best schon der best schon ach da ist der best schon ne der hat gewechselt das was von woanders ja der sitzt um jetzt in den gang muss ich denn jetzt noch auf die kills gucken ob der best schon tot ist wenn die Diva dem entgegen fliegt ja lol ich komm da nicht hoch was du da 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 super best schon ultet ja lol lol mei geh mir nicht auf den sack auf den primel der best steht dort oben hier steht ne die geht mir schon ein bissl auf den sack echt haben die noch ne fahrer ne die haben noch ne fahrer oi 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 ospel leute probiert mal noch n bissl zu pushen handelt man nicht so viel nach leuten sondern probiert einfach mal zu pushen NEIN warum hat sie mich eingefroren komm her du snitch aaa AAH guten alter was können denn die sind das arschficker oder was haha haha was will ich wechseln solche worte von dir naja is doch wahr jetzt ist es aber auch mal zeichnen auszurasten jetzt reicht es auch mal Ich kenn bloß immer solche Gewaltausdrücke wie Mond von dir, da kommst du hier in den Arschvergumpti. Jaja, der wird richtig ausfällig, muss ich jetzt immer erst ne Ansprache machen, damit ihr pusht, oder? Nee, ich muss einfach meine Ulti-Ready haben, da hab ich zwei gerade gelegt. Die Mei und den Lucy und dann wurde ich von mir noch rasiert. Ja, das ist nicht schön, wenn man rasiert wird. Ja. Also manche stehen da drauf, oder? Was macht denn die Fahra? Vor allem die Arschvergarten. Ja, wirklich. Äh, von links kommt Fahra. Ich hab nur 15 Elimilierungen. Man merkt, du bist wieder da und das Niveau erreicht dein neues Niveau. Ja. Das Niveau erreicht dein neues Niveau, ja mit der Zeit. Ja. Wer ist schon oben links? Boah. Alter, ich werd fast runtergefallen. Kann mir die links runterfallen, das kleine Loch? Es оно nicht. Alkohntel. Abkohntel. Hanno5! fresh?! Ja, no, aber Bordestiel. Ne, ne. Was sagt die? Abkohntel. Na, abkohntel. Abkohntel hat's. Abkohntel hat's. Arkorntel hat's gestrickt. Abkohntel hat's. als ob kann man jemand dort um den besten irgendwie probieren wegzunehmen du bist die fahrer ich probier's doch die ganze zeit aber wenn die die ganze zeit diese mürze ja gut das stimmt natürlich aber soll ich denn als tank da bitteschön machen ablenken ok ein bohr pass auf klapper ja ich bin da noch als panzer durch kann man die sein weg Leute stellt euch drauf ja ich bei mich reifst du doch mal mit den späßen hier und Ulli stellt euch drauf ich bin drauf ach wieder gebrauchte lasst mich hier nicht alleine ihr kommt von allen seiten ich bin tot ich kann nicht machen warum bist du tot ja weil mir die fahrer gleich ins visier nimmt alter wollt ihr mich verarschen ich bin ganz allein ach nicht mehr bitte bleib drauf ich sag das wenn wir das jetzt verlieren fein was geht denn jetzt McCree diesen Follung alter wer will denn McCree haben alter geh weg die mag keiner mein Multi ist gleich soweit ja ich hab's wirklich gefüllt jetzt ruf die May hat sich selber gekillt das war ein ich glaube das ist jetzt unsere unsere Karte zum Sieg vielleicht werden wir es schaffen das alles in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zusehen komm klapp wasche sie dumm Fankert Klaus Sackhoch nein ich wollte es töten ich hab doch gesagt tanke Spamso hat ich hab doch getankt ich hab die Gefahr auf mich gezogen das ist doch der Inhalt vom tanken oder was pusht in dir nicht eine Mutter ist dumm erneutert Feinkontakt geht drauf nein nein bitte stirb nicht nur sie belebt mich wieder nein und wieder mich natürlich weggenatzt ja natürlich das muss ich jetzt nicht sterben wir haben noch 0 Meter 1 Meter 79 bitte tut mir das nie an ich flähe euch an komm 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 ja ihr seid Monster ich muss euch loben vor allem die May hat geultet Besschen hat dann noch geultet ich hab noch die May ausgeschaltet wir waren eingefroren Alter ja das wird das war das sind Sequenzen gehen ein Verteidigung also hier nehm ich Torpion weil hier ist meine Lieblingsmap mit Torpion deswegen tut mir leid aber jemand anderes muss tanken ja geht klar aber ich wechsle dann wenn die sobald die den ersten Spot haben wechsle ich warum weil dann ist scheiße mit Torpion nur der erste nein dann spiel ich Tank oder so glaub mir Reinhardt ist besser glaub mir das meine 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 tagelange erfahrungen in Overwatch hat mir das gelernt take tank please ach nee das warst du ja ah herrlich schorn lustig schorn hat er was genommen ne hat er nicht was nehm ich dann meine Lehrerin bei uns ist doch mal schornagel bis zu welchem rank geht es ach so bis zu 100 ich probiere es momentan so probier es im Ranked ich probiere es also probieren und Ranked sollte man niemals in einen Satz werfen ne nicht heal blieb die die heilt am besten die heilt die eigentlich die gibt Schilde also ich kann das ist so ein Schatten ich gehe auch auf meine Position ich kann dann zu Lucio wechseln wenn es wenn kein anderer wechselt und es hard auf hard kommt dann halt nicht Reinhardt aber ich hoffe Muzaki Muzaki ist gut Muzaki Ah die haben wieder einen Affairer ja der Nehem soll wechseln Alter ist das dein Ernst Bastion der positioniert sich da wo ich mein Geschütz immer hinstelle du scheiß Affe ich stehe mich klar auseinander mit meinem das ist so scheiße das ist nicht cool das ist was das finde ich ich habe echt nicht geschafft auf diesen Punkt dort zu gehen oh Gott Leute ich habe einen Schett bleibt bleibt die Sterne ah bitte bitte Ulte Bischlitz bitte Ulte nice Resschen zieht ja weil ich weil ich die ganze aufmerksam auf mich ziehe wisst ihr dieser scheiß sch sch spast sch sch spast spast die haben auch eine Bastion Assassin Bastion lässt grüßen ich bin ziemlich mutig muss ich ja sagen als was macht denn ihr Alter warum bist du ja zuwendig oh ich werde gleich blöd ah shit da ist der Genji guter oh man man oh jetzt kann ich hier nicht changen ist das denn ernst wie auch immer die das geschafft hat ich bin die Ruhe selbst lol ich dachte das Ding macht nur 120 schaden warum hat die jetzt mich mit 150 weg ich glaube macht es doch 160 ja die haben echt ne es ist ein Bastion das ist das ist irgendwie krank Leute probiert die mal aufzuhalten stellt euch mal mit auf den Punkt ja der Bastion der sitzt so klingt in der Ecke da kommt keiner vorbei ist das Problem wo ist denn unser Tank jetzt mal ohne Witz Tank mach mal was Achtung Ferrer oben alter ne alter ne alter ne alter was das gibt es doch nicht komm alter ich nö ich will nicht mehr Leute die sind vielleicht da alter was alle on fire wo ist denn die we are back guys scheiße latten genji ey oh ich habe ulti übrigens ready also wenn die jetzt nochmal ankommen sollte dann ist es eigentlich es sollte bloß jemand mal mit aus pass auf dich auf nice sparen die dir lieber mal wirklich bis auf einen guten moment auf wenn die jetzt nochmal pushen dann oben rechts in dem kleinen gang war jemand warte ich hin weg noch fuck der genji hat auch geoutet und ich habe meine ulti auch benutzt warum hat er das geschafft uns alle zu natzen genji down hoff ok da ist vielleicht etwas länger gebraucht sehr schön nicht sterben tank nicht sterben ich glaube ich glaube da ist eine farra die ist irgendwie jetzt mit am boden okay ich sollte mich verpissen um was sterbe oh das leben boah die farra ey nice wir haben einen panzer ich habe mich rausgenommen oh boah der andere panzer brütet auch oh god die haben einen affen komm 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 nice best schon zuerst best schon zuerst best schon zuerst nein man okay das war's was was ist was 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 ist was ist der tank lebt noch nein natürlich warum warum ja natürlich ich will meine uld ziehen und jetzt bin ich nur noch bei 20% wird zum verarschen ist doch nicht wahr kann sich mal jemand bitte jetzt nicht sterben tank weh du stirbst du bist doch selten dämlich hat der ist gerade runtergefallen ist der gerade echt runtergefallen oh man das ding ist bei dir schon wieder zurück ich meine what the fuck warum steht best schon dort hinten und ballert mich einfach mal haben wir irgendwie ein heal oder sowas ja ich bin der heal glaube ich ich gehe alles gut ja hinter uns ist der affe schon wieder er darf nicht bettchen auseinandernehmen ansonsten haben wir ein ganz großes problem oder oben wieder ist fahrer ja und oben ist auch genji von der hat meine ulti geblockt ich hab meine ulti lol hab meiner auch das war unerwartet das kam unerwartet unerwartet kommt oft sag mal das nicht so unverhofft kommt oft unverhofft so was ok best schon ulted passt auf benet komm ich geh nach kommer 했습니다 best мен leute sitzt der nicht alle auf dem 속 purpur im Der Winzen hat mich weg und oben kommt, kommt von oben, kommt jetzt Winzen. Oh, die Russen hat, glaube ich, ihre Ulti ein bisschen versetzt gehabt, oder? Nein, scheiße. Feuer frei! Nein! Komm! Shit, okay, shit. Nein, 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 nein! Es ist zu spät. Oh, Mann! Verloren. Nee, jetzt ist noch nicht verloren. Ah, jetzt kannst du stechen, oder was? Ja. Die haben jetzt drei Sekunden länger als wir. Damit eigentlich nichts zu tun, oder? Ich glaube bestimmt erst nach den 50 Minuten, die dann abgelaufen sind. Angriff. Okay. Das ist jetzt wieder mit dem ersten Spot einnehmen, denke ich mir mal. Okay, das ist gut, das ist gut. Bestimmt. Ne Mei ist nicht schlecht. Warum Spamso? Nimm doch einfach... Ja, sehr gut, Spamso. Ich bin stolz auf dich. Neen Tank und ne Healer brauchen wir jetzt noch, Leute. Komm. Moussaki, Tank. Komm, Nathan. Nein, Tam. Moussaki, was machst du da? Na, dem. Moussaki? Mach jetzt keinen Mist, Junge. Ja. Vielleicht springen sie sich bitte ab, wer was nimmt. Ich hoffe doch. Ich hab gar nicht geguckt, ob die in dem Team sind. Wir haben keinen... Doch, es läuft alles über. Es ist eigentlich noch nen Tank mehr. Alter Doof. Hallo. 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 Angreifer in 30 Sekunden erwartet. Kommen unten alle aus dem Tor. Hallo. Okay, Concentration Jungs, wir schaffen das. Sind alles drin. Wir schaffen das. Klaus ist Rang 62. Wir schaffen das. Anleiter nährt sich. Oh, dieses Potential. Hm. Leute, die haben wir bloß noch eine Minute. Das ist ja easy. Ja, die haben echt nur ganz kurz Zeit, ja. Der Schütz ist noch nicht immer down, Jungs, das sieht wirklich gut aus. Fuck, ich bin weg. Aber spielt safe. Die kommen jetzt alle, die kommen jetzt alle. Jetzt pushen sie. Okay, jetzt sterbt nicht alle, sterbt nicht alle. Nice, geschützt, gut gemacht. Komm, ich komm, ich komm. Tank-Dauern. Ich hab Genji zu Besuch. Ja, ich was. Musste ich jetzt einfach zünden, weil es uns wäre Genji draufgegangen. Wow, weg, 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 weg. Nice, Jungs. Okay. Wow. Was? Ja. Nice. G to the G. Dann will ich noch killen in der Nacht. Ich hab' die geschafft. Nice. Nice. Mr. Man. Das war Gegner-Team. Der Lappen, die Lappen-Fairer. Ich sehe, das war auch gut, Alter. Guck mal, wie die mich gekillt hat noch. Nee, das war dann doch. Haha, doch, doch. Yes. Shit. Musaki! Ich hab' gar nicht geguckt, wie viel Schaden ich gemacht hab. Äh, wie viel Heilung? Beziehungsweise. Oh, nee, jetzt kannst du nicht mal gucken. Ja doch, danach. Also nach dieser Abstimmung kommt ja noch deine Statistik. Ähm. Ja, level up. Level up. Level up. Ich hab' 19.985 Schaden nehmen. Nice. Ich hab' 3.870. So, jetzt steigen wir wieder auf. Also, was heißt aufsteigen? Das ist eher so... Na gut, so fast drei Viertel. Hab' sogar mehr als letztes Mal. Willst du mich verarschen? Nee. Ich bin jetzt wieder auf dem Stand, wie von letzter Folge kam quasi. Warum, Klaus? Was ist los? Ich bin Millimeter vor 62. Naja. Geht doch. So. Jetzt machen wir dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen, liebe Leute. Checkt auf jeden Fall die beiden Kanäle ab, die ich unten... Ich hab' keinen Bock mehr. Mach noch die Lootbox auf. Ich hab' einen Bannion. Oh, legendär. Und was, was, was? Skin von Hanso, einsamer Wolf. Boah, geile Scheiße. Ich bin so neidisch. Gleich mal ausrüsten. Wenn ich den richtig spielen könnte, dann... Wissen Sie was ich geiles bekommen hab? Ja. Ich hab' ein episches Bunnyhop-Diva-Emote bekommen. Ich hab' noch kurz zeigen hier, als ob Vexan... Vexan hat diesen wunderschönen Emote... Äh, Quatsch, Emote. Ähm, diesen Skin bekommt, den ich auch sehr geil finde. Das ist, glaub ich, der beste Skin für Hanso und Klaus. Klaus war der Wurst-Diva. Da hat er diesen tollen Emote bekommen. Beste. Beste. Soll ich auch noch meine Lootbox aufmachen? Komm, ich mach auch mal meine Lootbox auf. Ja, mach auf. So. Na, nur was Blaues. Okay, das hab ich sogar schon alles. Okay, liebe Freunde, das war eine weitere Runde. Overwatch im Ranked-Modus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, wer damit alles mit dabei ist. Und dann würde ich denken, haut rein und bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao.